so herzlich willkommen zum letzten video ja jetzt schaut rein ich bin auf der rückreise nach tunis wie im titel steht und den rest sage ich dann ganz am schluss ok viel spass und bis später so das war mein schlafplatz da unten so wisst ihr was das ist dieser platz der hat zwei funktionen einerseits erntetrocknung oliven hier ich weiss nicht ob man die trocknen muss und andererseits wasser speicher das wasser sammelt sich geht da unten rein in dieses loch und ja von da kann man es dann verwenden wurde ich gerade zum tee eingeladen so tee gekriegt der ist sehr sehr konzentriert auch fast dickflüssig die kochen den solange ein natürlich süss und es ist wahnsinn hat gesagt der tee wenn ich den tee trinken dann kriege ich kein kobe wahnsinn ja so jetzt werde ich noch mit brot und öl bedient also hier ist die gastfreundschaft extrem hoch merci so leicht gefrühstückt olivenöl mit brot die gastfreundschaft ist einfach unglaublich das ist ja wenn man irgendwo ein bisschen ausserhalb ist dann wenn sie da entdecken wird man immer eingeladen das ist auch meine erfahrung schon vor drei jahren ja ich schätze das sehr und die sind wirklich herzlich ja jeder macht mal viel ich habe mich festgefahren ich hätte nicht zuerst hier hochfahren sollen und ich habe 5 bar reifendruck gehabt und beim winter halt ja ist er abgesauft und dann drehte durch jetzt habe ich mich freigeschaufelt und stehe auf dem bretter druck habe ich abgelassen damit ich nur einmal ich war zu faul vorher gibt es zu und ich habe ihn so tief eingegraben weil ich dachte ja vielleicht geht es ja weil ich zu faul war ja jetzt wurde ich bestraft und jetzt sollte es gehen so das ist gerade eine gelegenheit ist sand bleche wieder ja das ist ein gutes beispiel der reifendruck macht extrem viel sobald er oben ist man sieht man sagt nicht mein und dieses ding ist jetzt auf die andere seite krumm super jetzt war ich noch mal drüber so während ich mich hier abrackere machen die mal pause die haben schon schön so jetzt war ich wieder raus aus dieser müßlichen lage habe die die sandbleche noch ein bisschen gerade gebogen ist gar nicht so einfach sind noch nicht perfekt aber egal jetzt habe ich wieder festen boden jetzt muss ich den reifendruck wieder hoch zurück so die noch das noch nie gesehen haben man hängt überall die schläuche an dann hier habe ich den druck es geht da schön hoch er war vorher mal bei zwei hier ist die an natur hier kann ich den druck einstellen so jetzt könnt ihr sehen wie der druck einfach automatisch rauf geht die motordrehzahl habe ich noch erhöht so jetzt geht es hier auf die neue autobahn offenbar nach gabes mitten auf einer geraden stecke plötzlich eine bodenwelle wenn man da nicht aufpasst und mit 80 rein brettert das ist dann nicht lustig das war jetzt schon die zweite habt ihr noch platz für stroh damit ihr auch ein bisschen was vom land mitkriegt wollte mein auto waschen aber der hat noch andere autos keine zeit gehabt jetzt fahre ich weiter das ist medenine medenine kleiner stau ich weiss gar nicht mehr wann ich das letzte mal im stau stand weil hier wenig verkehr ist in tunesien ausser eben die städte aber ausserhalb kaum autos alles freie tankstellen da kriegt man den diesel günstiger aber man weiss halt nicht was drin ist so ich habe übernachtet auf einer piste in der nähe der hauptstrasse und es hat geregnet die ganze nacht durch unterhalb von äh wie heisst es habe ich vergessen ja fällt mir noch ein oberhalb jeden fall von äh ja jetzt muss ich überlegen ja unterhalb von gabes habe ich übernachtet und jetzt ist die piste hier natürlich nass und äh ja jetzt wird mein fahrzeug natürlich ziemlich schmutzig weil das zeug bleibt kleben aber der regen war dringend nötig hier es hat also auch in der ganzen wüste geregnet ich habe auf der karte geguckt wunderbar endlich hat es regnen so hier sollte auch mal eine brücke kommen wann auch immer so und solche bilder gibt es hier selten ich fahr durch wasser echt selten also diesen anblick gibt es wirklich selten alles voll wasser es hat geregnet halleluja das ist gut die leute brauchen das die erde braucht das also hier auf der strecke nach norden da gibt es immer wieder polizeikontrollen das läuft gut aber mich nehmen sie nicht so da hat es wasser das ist geil unterbotenwäsche guck mal wie der spritzt so jetzt bin ich unten auch sauber so nach gab es kommt die autobahn die hier eigentlich steht zahlstelle aber da läuft nix das steht dann mal aber das kann jahre dauern bis da dann wirklich eine zahlstelle ist so ich bin jetzt in fachs angekommen habe hier schon übernachtet nicht ein super platz aber was soll es einfach ein bisschen landschaftlich und jetzt fahre ich weiter in den norden und ihr seht es ist kalt hier es ist kalt geworden also kalt ist relativ ein wind geht eben ein starker auf zehn grad ist es jetzt aber der wind halt so dann fahre ich wieder raus aus dieser landschaft zwischen diesen Kakteen durch ja und diese rote früchte diese Kakteen die kann man übrigens essen habe ich mal in einem video gezeigt die sind eigentlich nicht schlecht sogar gesund aber schnachlig ich bin jetzt auf der Raststätte nach Fax ja da sind ein paar Libyer die haben mich jetzt zu messen eingeladen also das sind die ersten Libyer die ich eigentlich treffe am liebsten würde ich da rüberfahren aber es braucht ein Visum ist nicht ganz einfach also das ist nicht richtig denn da sind 15 Jahre ist nicht ganz einfach zuのは nicht ich bin der Raststätte er ist ein kleines ich bin der Raststätte Umgang mit Hunden kennen Sie nicht. So, ich bin wieder auf einer Piste, ich habe die Autobahn einfach verlassen, etwa 100km vor Tunis, weil links von mir ist das Meer und da will ich jetzt hin und ich bin da, ja von einer Raststätte konnte ich runterfahren. Und jetzt suche ich mir einen Schlafplatz am Meer. Also da rechts ist die Autobahn und die Leute sind ganz hilfsbereit. Ich habe ihn gefragt und er zeigt mir jetzt den Weg, wie ich zum Strand komme. Der ist nämlich da hinten. Ja, da hätte ich auch drücken. So, bin jetzt schon 2km gefahren, noch durch ein Dorf und es ist weiter als ich gedacht habe. Ich dachte das sei gleich hier, aber ja das geht noch ein Stück. Ihr seht es, hier ist Steppenland. Tja, dann fahre ich halt mal da auf dieser Piste wieder. Ich hoffe da vorne ist kein Schlamm. Also kein Schlamm, alles gut. Jetzt darf es einfach nicht regnen, das kommt noch dazu. Es muss viel regnen bis hier alles weich wird. Ja das sieht schon geil aus, ich fahre aber lieber auf der Spur, weil dann sehe ich, dass das funktioniert. Weil es könnte ja sein, dass es irgendwo eine weiche Stelle gibt und dann saufe ich ab. Und das wollen wir ja verhindern. So, sogar Kühe hat es da vorne. Ihr seht es hat vor ein paar Tagen geregnet. Ich glaube vor 2 Tagen. Jetzt ist es wieder trocken. Aber das wäre dann scheisse. So, da vorne ist das Meer. Jetzt sehe ich es. Weichsand, ein bisschen. Ja, nicht schlimm, es sieht gut. So, jetzt noch Plätze finden. So, ich habe meine Plätze gefunden. Am weissen Sandstrand. Noch natürlich ein paar Naturprodukte. Plastik, der ist auch da. Und dahinten ist das Meer. Ich bin ein bisschen eingesoffen, aber nicht fest. Ich denke, das geht ohne Luft ablassen. Wieder raus morgen. Ja, super. Dann dahinten ist das Steppe. Hühner und das Meer. Meine Wölfe, die sind schon unterwegs. Ja, draussen ist ein Megasturm. Mein Camper. Der wackelt wie auf einem Schiff. Aber denen ist das egal. Hier sind wir ganz alleine. Freie Natur. Eng ist wieder in Kampfstellung. Regnen kommt es nicht. Ich habe geguckt, weil das kann ich nicht riskieren. So, neuer Morgen. Da ist mein Übernachtungsplatz. Die Wölfe sind schon zwei Stunden draussen. Die haben aber drin geschlafen. Die wollten reinkommen, weil es hat echt gestürmt. Und hier die riesige Steppe. Ja, hier ist echt niemals Land. Ich bin da ganz alleine. Jetzt gehen wir zum Strand. Das macht Spass. Weit und breit ist da wirklich niemand. Da ist glaube ich noch eine Flussmündung. Ja, der Plastik wird natürlich angeschwemmt. Weil, ihr habt es gesehen, im Landesinnen. Die schmeissen vielfach ihren Abfall in den Fluss. Beziehungsweise, ja, da wo der Fluss sein sollte. Und dann, wenn es dann stark regnet, schwimmst das alles runter. Aber ist natürlich auch viel Naturdreck. Das muss man auch sagen. Und der Sand, der ist wirklich schön weiss. Es ist wirklich ganz schöner Sand. Das ist eigentlich ein super Strand hier. Schön breit. Ja, das ist jetzt halt ein Naturstrand. Der wird nicht gereinigt, wie da in den Touristengebieten. Das ist normal. War früher immer so. Bis auf den Plastik natürlich. Ja, jetzt laufe ich da einfach mal. So, jetzt habe ich sogar noch eine 3-4 Meter Sandtüne gefunden, auf der ich gerade stehe. Leider hat das Wetter jetzt gerade umgeschlagen. Aber ich zeige euch trotzdem die Umgebung. Da ist so Steppenland, vermutlich nicht gut bebaubar. Das ist gut. Ja, da kommt ein bisschen Wolken, vielleicht sogar Regen. Da muss ich aber abhauen. Dahinten steht mein Camper. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Da trust ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Man sieht aus. Was hat der Rest? Mal keine Waspre-Piste, fährt sich gut, super. So, die zwei durften laufen, Angie hat Vollgas gegeben, Ayla die braucht ein bisschen länger, die hat auch noch ein bisschen gestuppert, ganz am Anfang, jetzt müssen wir warten. Da fragt man sich dann, was die da noch essen können. So, das war wirklich ein super Platz zum Übernachten und wir fahren jetzt weiter auf die Hauptstrasse und halten dann irgendwo im Dorf an, zum Früchte kaufen. So, ich lasse mein Auto waschen unten und oben von diesem ganzen Dreck. Das lange Teil ist natürlich von mir. So, der Wagen ist sauber, ich fahre gerade weg von der Lavage und hier wimmelt es nur von und kenne den Wahnsinn, 200 oder so. So, ich lasse mein Auto. 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 ja das war es wieder von mir es wird das letzte video von tunesien sein ich bin nämlich auf der rückreise das land kenne ich ja schon mich hat vor allem die sahara interessiert da habe ich mich richtig ausgetobt das hat spass gemacht dann noch ein bisschen die bergwelt und ja jetzt fahr ich zurück auf italien natürlich zuerst neben die fähre und dann schweiz und danach deutschland ja also ihr hört wieder von mir auf jeden fall und wenn ihr das video seht dann bin ich schon in italien also zwei tage später wird veröffentlicht heute wird das vorletzte veröffentlicht das seht ihr jetzt dann auch ja also ich hoffe es hat euch spass gemacht meine fahrt und meine erlebnisse in tunesien und ja mal schauen wie es weitergeht ok dann daumen hoch und tschüss